hallo meine lieben hallo ich freue mich total euch zu dem start von der kalavada kur zu begrüßen schön dass du dabei bist ich bin auch dabei und begleitet sich tagtäglich 14 tage lang zu leichtigkeit und lebensfreude ja du hast es entschieden bei dieser herbstkur dabei zu sein ist das nicht schön wenn wir jeden tag dabei motiviert bleiben und sowie bäume unsere last unseres schwere gefühl das unnötige für unseren körper einfach loslassen ja wir konzentrieren uns dabei 14 tage lang unseren darm zu reinigen und dabei jede körperzelle zu unterstützen leicht gesund aufnahmefähig und völlig immunstark zu werden ja wir starten und ich freue mich dass ich und ihr alle dabei seid herzlich willkommen wenn es heißt die packung aufmachen und sich in der gruppe zu begrüßen wir werden uns alle 14 tage gegenseitig motivieren unterstützen rezepte tages abläufe austauschen und ich konzentriere mich darauf dass du neue dinge erfährst ich wünsche mir dass du dein körper deutlich wahrnimmst und diese kur unterstützt dich dabei wir werden die erste phase die vorbereitungsphase intensiv dabei gemeinsam durchgehen uns auf vegane kost konzentrieren neue rezepte kennenlernen und uns auf die fasten kurz vorbereiten ja fasten kur ist die tollste phase die ich bei der kalavada kur immer wieder erfreulich begrüße denn diese vier tage habe ich zeit einfach ich zu sein die küche die ruft mich nicht denn ich habe immer meine kalavada shakes dabei ist das nicht toll du kannst du überall mitnehmen und ich erzähle dir wie das ganz einfach funktioniert hauptsache du konzentrierst dich nicht darauf dass dir die nahrung fehlt denn du hast dein gesundes korall mainwasser dabei und die shakes die kannst du auch überall mitnehmen und nach der fastenkur freue ich mich darauf dass du die wiederherstellungsphase ganz intensiv erlebst denn hier werden wir uns darauf konzentrieren dass wir langsam mit der nahrungsaufnahme beginnen ja und unsere damen flora fühle ich leicht gesund und und neu aufbauen schön dass du dabei bist wenn es jetzt heißt 14 tage lebensfreude leichtigkeit herzliches gefühl und das loslassen schön dass wir gemeinsam diesen weg gehen deine jana